Für mich als Geschäftsfrau und Mutter ist es ein absolutes Rätsel, warum man auf der Radiofabrik keine Werbung spielen kann. Ein Radiosender ohne Werbung? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn! Nicht mal einen redaktionellen Beitrag kann man kaufen. Wie soll man denn davon leben? Und ich kann das alles sagen. Ich kann das noch nie auf. Die ganze Zeit gehen und sieben Fragen.